Hey, ich bin Paula und ich begrüße dich hier in der Superheldenfliegen4Academy. Ich erkläre dir kurz und knapp, was dich in der Weiterbildung zum Superhelden-Buddy erwartet und auf welche Inhalte du dich freuen kannst. Ready? Gut, dann lass uns loslegen. Die Ausbildung wird dich befähigen, unsere Medienaktionstage zum Thema Tod und Trauer in Schulen durchzuführen und zu leiten. Wir gehen mit drei bis vier Superhelden-Buddies für zwei Aktionstage in die Schulen und werden dort zum einen Rap-Workshops und zum anderen Movie-Making-Workshops durchführen. Inhaltlich beschäftigen wir uns im Songtext und im Film mit den Themen Tod und Trauer. In der Ausbildung werden wir dich befähigen, die Workshops rein technisch zu leiten. Wir werden aber auch gemeinsam eine Haltung zum Tod finden und dir Tools, Bilder und Techniken an die Hand geben, um mit den Kindern und Jugendlichen diesem Thema spielerisch, kreativ und angstfrei begegnen zu können. In unseren Academy-Räumen in Köln-Nippes, einem der schönsten Veedel in Köln, haben wir alles, was wir brauchen, um auch technisch alles auszuprobieren, bis du dich fit und sicher für unsere Workshops fühlst. Und es gibt natürlich auch astreinen Kaffee. Alle weiteren Infos entnehme bitte der Ausbildungsbeschreibung. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Erfolg und viel Spaß. Deine Paula